Ein schweres Erdbeben hat Teile Afghanistans, Pakistans und Indiens erschüttert. Zahlreiche Menschen sollen ums Leben gekommen sein, unter anderem zwölf afghanische Schulmädchen. Über die genauen Opferzahlen gibt es derzeit keine gesicherten Angaben. Laut dem Geoforschungszentrum in Potsdam und der US-Erdbebenwarte hatte das Beben eine Stärke von 7,5 auf der Richterskala. Das EP-Zentrum befand sich im Nordosten Afghanistans in gut 200 Kilometern Tiefe. Die Erschütterungen waren noch in Nepal zu spüren. In einigen Regionen der betroffenen Länder brachen Strom- und Kommunikationsnetze zusammen. In Pakistan gab es Medienberichten zufolge Erdrutsche. Pakistans Erdbebenwarte warnte vor Nachbeben. Soldaten, Polizisten und zivile Helfer sind im Einsatz.